Erstes Kapitel Begegnung im Zug Ist Ihnen nicht gut? fragte der Schaffner. Ernst Katz sah zu ihm hoch. Dieser Schmierfink wird Clara nicht bekleckern. Nein, das wird er bestimmt nicht, sagte der Schaffner, entwertete das Ticket, gab es Ernst Katz zurück und setzte seinen Gang durch den Waggon fort. Hält er mich halt für einen Trottel. So ein Recht hat er ja nicht. Ernst Katz schlug mit dem Hinterkopf gegen die Lehne und atmete schwer. Vor seinen Füßen lag ein zerknüllter Zeitungsteil. Passagieren, denen dies auffiel, bot sich ein befremdliches Bild. Der ältere Mann rieb sich so fest und schnell mit den Fingerkuppen die Kopfhaut, als wollte er sie vom Schädel schmirgeln. Diese neuen Hochgeschwindigkeitszüge, sanft schweben sie durch die Landschaft. Selbst die Schaffner sind so freundlich, als wurden sie gecastet, um Touristen an der kolportierten Geschichte dieses Landes zweifeln zu lassen. Früher? Da ratterten die Garnituren in monotonem Rhythmus. Da konnte man sich noch vor den Mitreisenden, vor den eigenen Sorgen in beruhigenden Steadybeat flüchten. Doch nichts. Nichts, woran der Verzweifelte Halt findet, in dieser vollklimatisierten Servicekabine, die ihn bloß duldet. In a few minutes, wie er rief in Wales. Ernst Katz presste seine rechte Wange an die Scheibe. Stupide starrte er die vorbeischwebenden Eigenheime des Traunviertels an. Nicht minder stumpfsinnig glotzten sie zurück. Es darf einfach nicht wahr sein. Eines dieser Baumarkt-barocken Spukschlösser also hat den jungen Auto in die Welt gespuckt, der sich nun 60 Jahre später an den Gedemütigten vergreift. Warum gerade Clara? Hast du nicht genug Nazifilme gesehen, um dir fiktive Juden zu basteln? Ernst Katz' Hände ballten sich wieder. Und wenn das das Letzte ist, was ich tue, ich werde dich daran hindern, das schwöre ich. Er griff nach dem Zeitungskneul und versuchte, die Falten zu glätten. Er hat es nicht geträumt. Noch immer stand dort, Erfolgsautor schreibt KZ-Roman. Der vielprämierte oberösterreichische Schriftsteller René Mackensen versucht sich an einem heiklen Sujet, der Holocaust-Prosa. In seinem nächsten Roman will er das Schicksal der jüdischen Psychologin Clara Sonnenschein aufarbeiten, die ihre Jugend in Mauthausen verbringen musste. Wer den Mann hier im Waggon beobachtete, konnte schwer entscheiden, ob die Verzerrung seines Gesichts von Schmerz oder Spott herrührte. Einem Instinkt folgend versuchte er seiner Grimasse, den Anschein von Vergnüglichkeit zu geben. »Holocaust-Prosa«, murmelte er. »Der Boulevard bezeichnet schon ein eigenes Genre damit.« »Wir benutzen das Wort spöttisch, aber zaudernd. Aus Angst, die Geschmacklosigkeit des Spots könne die Geschmacklosigkeit des Verspotteten übertreffen.« »Und was machen Sie?« »Sie bedanken sich für die Anregung und küren Ihnen zu einem Slogan.« »Warum Clara? Warum ausgerechnet Clara?« »Nein, man konnte nicht behaupten, der siebzigjährige Mann mit dem braunen Teint und dem dichten weißen Haar, das ihm halblang in den Nacken fiel, sei mit sich und der Welt im Reinen.« »Dragon«, der siebzigjährige Mann mit dem braunen Teint und dem braunen Teint, er. Vielen Dank.